Hallo zusammen, ich bin Lorena, ich bin im ersten Lehrjahr und mache das KV hier in der RxAG in Seyss. Und ich bin Michel, ich bin im dritten Lehrjahr und mache auch das KV bei der RxAG. Die RxAG produziert Spezialschirmstoffe wie Kernmaterialien, Mathe- und Balanceprodukte und Produkte, die im Displaybereich eingesetzt werden. Heute zeigen wir euch unseren Berufsalltag. Kommen doch mal mit! Bei uns in der RxAG sind wir sechs KV-Lehrlinge. Pro Lehrjahr haben wir zwei Lehrlinge. In diesen drei Lehrjahren läuft man sechs Abteilungen. Im ersten Lehrjahr ist man im Einkauf und im Versand. Im zweiten geht man ins Marketing und in den Verkauf. Im letzten Lehrjahr ist man dann in der Buchhaltung und in der Personalabteilung. Ich habe mich für die Lehre bei der RxAG entschieden, wie es sehr viele Vorteile hat. So kann ich zum Beispiel meine Sprachkenntnisse fördern, da wir eine internationale Firma sind und viel Kontakt mit unseren Kunden im Ausland haben. Zudem werden 50% der Kosten für einen Sprachaufenthalt übernommen und Ferien werden uns dazu geschenkt. Unsere Zweitwahlmatten werden unseren Privatkunden zu einem günstigeren Preis angeboten. Der Mattenverkauf wird von uns Lernenden betrieben. Wenn die Kunden kommen, beraten wir sie und machen dann die Mattenverkaufsbereit. Das war ein kleiner Einblick in unsere Firma. Wenn du an einer Lehrstelle bei der Rx interessiert bist, bewirb dich doch. Wir freuen uns auf dich. 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 Wir toolbar nachzunehmen. Für wurde der Handsh ties her.